Neues Stopp, oh neues Glück, Hallihallo, hier ist der Kossi und wir spielen weiter mit Nightmare 2. Wow, ich will raus, ich will raus. Irgendwie gefällt mir das nicht. Ähm, da auch. Wow, was mache ich jetzt? Wie soll ich hier rauskommen? Hilfe! Panik! Da ist keine Leiter. Hier ist keine Leiter, wie soll ich denn da rauskommen? Oha, what the? Warum fahre ich jetzt nach oben? Wow! Nicht dein Ernst. Wow, okay, wow. Ich werde endlich mal nachgucken. Okay, ich wäre sehr tief gefallen. Okay, zweites Kapitel. Mit Feuerdamm voraus. 9mm ausrüsten. Entwickler, ihr seid fies. Ich muss jetzt euch sagen, ihr seid fies. Ihr erschreckt einen armen Jungen. Mann. Okay. Ich will da rein. Ich will da rein. Die Tür ist aufgegangen. Ich will da rein. Okay, anscheinend ist da nichts. Okay. Okay. Das war jetzt nicht erschreckend. Ich war mit der Tür beschäftigt. Ähm. Jetzt muss ich wohl. Schon wieder eine Ansage. Ich muss das hier wohl zerschlagen, damit ich hier durchkomme. Nihaha. Das ist zu offensichtlich, dass ich jetzt hier vorbeigehe. Die Tür betätigen will. Was? Du bist tot? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier liegen... Hier liegen so viele Leichen rum. Ich wusste es. Ich wusste es. Eine steht auf. Geh weg. Ich wusste es. Das war zu offensichtlich. Ich wusste es, dass du den Anbieter der Krankenhäuser hörst. Es geht nicht. Es ist automatisch und es wurde lange Zeit verbrannt. Okay. Ich wusste es. Ich wusste es, dass es mich auch am Nachtwahrer wartet. Das Problem ist, dass sie alle automatisierten und ich kann nicht herausfinden, um die verdammten Sachen zuhören. Kann ich jetzt weiter? Ja. Danke. What? You are now entering the Radiology Department. All cell phones and electronic devices must be switched off in the designated areas to avoid interference with vital medical equipment. Thank you. Please, please. Nein. Bitte schön. Okay, wow. Wow. B... TF. Ihr seid gemein, Entwickler. Ihr seid gemein. Ihr seid einfach nur gemein. Geh kaputt und du auch. Geh kaputt. Ich hab gesagt, geh kaputt, danke. So, dann werd ich mir die Tür jetzt noch angucken. Hier ist Munition. Gut, dass ich mich hier umgeguckt habe. Jetzt hab ich wenigstens... Wie fies. BTF. Ich will jetzt aber hier lang. Ich will jetzt erstmal... Ach, hier komm ich wieder rum. Okay. Oh Gott. Speichern. Langsam krieg ich wieder Schiss. Ich hab ja durch... Ein bisschen lachen. Hab ich ein bisschen weggekriegt. Ach du Kacke. Strongman. So, jetzt bin ich in der Radiologie. Okay, gucken wir mal hier rein. Hier ist bestimmt irgendwo ein Zombie. Oder eine Waffe. Hier liegt bestimmt eine Shotgun rum. Aha. Was passiert, wenn ich jetzt hier aufdrücke? Ähm, natürlich. Man muss die Tür zu machen. Jetzt? Ach man. Schade. Dann gehen wir hier wieder raus. Wahrheit, nichts besonderes. Ähm, ähm, ähm. Mal kurz. Taschenlampe nachladen. Und weiter. Ich hoffe mal, jetzt hier ist was. Hier ist ein funktionierender anscheinend. Ich mach mal hier die Tür zu. Und... Einen Moment. Und weiter. Okay. Ähm, wo war ich? Ach ja. Genau, ich wollte in diese Tür. Funktioniert aber nicht. Weil da alles tot scheint anscheinend. Kann ich hier irgendwas machen? Vielleicht hier rein? Mich hier reinlegen? Mal gucken. Los. Man, no. Geht nicht. Okay. Ja, ich hab mir Teile in der Gegenstände bei. Mein Gürtel. Hm. Aber... Hä? Ich muss hier was machen. Irgendwas muss ich hier machen können. WTF? Wie komm ich... Ich will jetzt da rauf. So. Jetzt will ich in diese Röhre. Geht auch nicht. Hm. Muss ich wohl wirklich... Hier rein. Irgendwas machen. Okay. Musste ich die Sicherung rausnehmen. Und ich jetzt... Was kann ich jetzt machen? Ich hab jetzt die Sicherung rausgenommen. Und jetzt muss ich die Sicherung wieder einfügen. Oder was? Geht ja nicht. Ähm. Sicherung. 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 Hier sind keine Sicherungen mehr. Kann ich dich aufheben? Ja. Natürlich kann ich dich aufheben. Okay. Du bringst anscheinend nichts. Ähm. Jetzt kann ich bestimmt hier in den Raum. Wie zum Teufel. Ah. Jetzt kann ich mir die nehmen. Die... Sicherung. Die... Warum hat es gerade da ge... Kann ich die Tür... Dunkelheit. Wow. WTF. W-T-F. Aber jetzt kann ich mal hier rein. Und mich umgucken. Ich wusste es. Ich wusste es. Ihr... Ihr Schweine habt hier Munition versteckt. Ich will nur meine... Meine Sicherung mitnehmen. Ich hab doch einen Dachschaden. Ich brauch doch eine Sicherung. Ha ha. Ha ha ha. Oh Mann. Jetzt kann ich hier den... Da ich ja jetzt hier so... Betätigen kann. Und zack. Toll. Wow. Aua. Au. Shit. Zu stark wie... Wow. Ich fährt auch mit... Gesogen. Ich will nicht. Was habe ich jetzt getan? Habe ich ein Loch gesprungen? Gesprungen. Tatsächlich. Ich habe ein Loch gesprengt. Jetzt bin ich natürlich wieder zu idiotisch. Um hier durchzukrabbeln. So. Ha ha. F6. Und was sagt meine Uhr? Meine Uhr sagt... Wir haben schon überzogen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.